Hey Mom, kann ich am Freitag mit Sissy und Karen auf ein Konzert? Rockkonzerte sind gefährlich. Wie darf ich was tun, worauf ich Lust hab? Haben Sie hier jemanden verdächtigen Rumrenn sehen? Kennst du einen gemütlichen Ort, wo wir hingehen können? Willst du ein paar Platten hören? Oh, ich liebe John Q. Er ist der Beste der Besten. Ich kann dich wirklich nicht durchschauen. Du hast nur Scheiße am Hör und null Persönlichkeit. Dang! Du bist gut im Basketball! Hat der Sitzschnüffler dich belästigt, Spasti? Nein, er ist mein Freund. Ist das so? Denkst du, ich bin ein Spasti? Du bist kein Spasti. Du bist eine echte Punk-Rockerin. Du willst echt, dass ich das singe? Lass hören, was du drauf hast. Seid ihr beide gedobt? Du hast meinen Tänzer eingeworfen! Ich muss die Polizei! Ich wähl meinen Schick! Fuck the rest of them! Fuck them all! Fuck them all! Bright ass! Hey Simon! Danke für... den besten Tag der Welt! Fuck them all! Bright ass!